Ich war gerade richtig unsicher durchfällig Okay, was ist das? Oh Gott, ey, wir werden hier gleich gemetzelt, kann das sein? Uiho, 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 uiho Ich muss diesen Laser nehmen und den hier hinlenken und der wird dann durch ein Portal gehen, was da hinlenkt Verstanden? Ja, genau Ich muss jetzt hier durchrennen und das schnell machen Ja, viel Spaß Was war das jetzt? Achso, du musst auf die Plattform gehen Erneuter Verbindungsversuch zum Server Verdammte Scheiße, nein Forrest Warum geht's nicht mehr? Forrest, du musst auf diese Platte da auswählen Was? Bei mir steht Verbindung unterbrochen Der Spielserver wurde heruntergefahren Loll Bist du auch ausgeflogen? Ja Stopp Die Verbindungssysteme wurde unterbrochen Ähm Tut mir leid, dass die Audioqualität in den ersten 50 Minuten komplett scheiße war Ach, du hast gespeichert, wo wir zuerst waren Ähm Die Animation hätte man sich so in den Arsch stecken können, bin ich noch der Meinung Ihr seid wirklich viel zu langsam Halt die Fresse Also, stell dich, ja warte, äh Portal Wachportale oder sowas Zack Genau, jetzt stell dich da oben hin Warum weiß ich noch nicht ganz Finden wir gleich heraus Äh, das wird sich hochbewegen wahrscheinlich, wenn der Laser drauf trifft Ja Viel Spaß beim sterben Naja, danke Oh Quatsch Zzzzzzzzzzzzzzzz Was kannst du jetzt oben machen? Gar nichts Renn, meine Bitch Irgendwer muss hier hingehen Um den Button zu drücken Dahinten Ja, wo willst du denn da hinkommen? Gute Frage Du brauchst, dafür brauchen wir dann deine Portale, weil meine werden schon für die Laser gebraucht. Das ist halt die Frage, woher muss ich meins tun? Ich kann ja mal kurz warten, bis hier diese Fickerei fertig ist. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Hahaha Ich weiß immer noch nicht, ob es Zoom gibt. Ich bin mir grad nicht ganz sicher, was ich machen sag dir. Und zwar, hier muss eins, also hier muss eins, das dann hier hinfliegt, mehr habe ich weiß nicht. Ach so, wenn du auf dem Ding bist, springst du runter und dann fliegst du dahin. Wo, wo, wenn ich wo bin? Guck mal, du bist jetzt da oben. Warte mal, ich bin confused. Auf der einen Seite bin ich, ich bin neben der Röhre, sehe ich gerade. Wo bin ich jetzt? Guck mal, du musst dich hier rauf stellen und wenn du nach oben gefahren bist, musst du in das Portal springen, damit du genug Schwung hast, um dich zu treffen, verstanden? Ach so, ja, ok. Ich hoffe mal, das war jetzt genug Schwung. Nein, war es nicht, Affe. Ich hab gedacht, ich wäre schon ganz oben, naja. Ja, hallo. You ready? Get ready. Ich guck dir zu. Jetzt. Oh, fuck. Okay, du bist jetzt, oh, komm, da ist ein Bock, genau, jetzt ist da nichts mehr. Ich nehme mal den Cube mit, weil der Cube ist mein Freund. Wo? Hier ist ein Bum-Bum. Bum-Bum auf Knopf macht. Bum-Bum auf Knopf macht, Tür auf für ein paar Sekunden. Wo ist Bum-Bum? Da ist Bum-Bum. Oh, da ist Bum-Bum. Oh, da ist Bum-Bum. Warte, 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 warte. Jetzt bin ich drüben, was kann ich jetzt machen? Oh, fuck. Rein gar nichts. Machen wir kurz die Tür wieder auf. Zack. Ich komme. Hä, können wir dann jetzt nicht beide durchgehen? Probier nochmal. Ich dachte, ich kann einfach, ich bin jetzt richtig schlau, wirf einfach hier den Bum-Bum links drauf, sprinte dann hier hin. Und schaff's nicht. Das sieht, warum kann, warum ist hier so viel Platz zum Portale schießen, warum? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Wir brauchen Force. Guck mal, ne genau, guck, guck, guck guck, guck, wir brauchen einfach nur... Led, guck, wir nehmen den Ball, du wirfst ihn hier rein, und er fällt dann vom Portal aus auf diese Platte und dann hast du genug Zeit um dich schnell hin zu holen Renn, 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 renn. You fucked up, mein nigga! Mach Louisiana. Warte, guck mal ob es jetzt richtig ist. Nö, der soll einfach... Warte, lass mich kurz, naja. Okay, jetzt hab ich ihn ganz gerade gewor... Du hast das Portal in die Idee platziert. Ja, ich hab das Portal falsch platziert. Kurze Test. Okay, fast. Ja, ich muss nur ordentlicher werfen. Jetzt. Bruh, neus, mach's nochmal, du Affe. Ich tanze so lang für Varos. Fuck you. Aber du guckst auf, äh, 480p. Ekelhaft. Ach. Okay. Ich will den... Ich brauche einen Cube. Da ist ein Cube! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Die richtige Antwort lautet Null Sekunden. Hä? Was? Keine Ahnung. Ich hab mir nicht zugesagt. Okay, ey, guck mal hier ist Force. Guck mal hier ist Force. Ich brauche keinen Force, ich brauche einen Cube. Force! Cube! Oh fuck! Ich hab gedacht, ich könnte nicht runterfahren, wenn ich sneke wie in Minecraft. Wo ist Cube? Ach so, da oben! Ah, okay, 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 okay. Okay, I know what to do, I know what to do. Okay. Also, wenn du durch mein Portal gehst, fliegst du auf den Knopf und oben fliegt dein Cube raus, okay? Oben aus der Röhre. Und du musst jetzt noch ein Portal machen, aber hier hin, damit du die Cube aufsammeln kannst. Hier hin und dann noch hier unten eins, da wo Platz ist. Genau, und jetzt geh ich rein und dann noch du. Ja, ich soll rein gehen. Well, that didn't work. Ja, du musst doch von hier oben runterspringen. Das glaub ich denn nicht. Denkst dich, glaubst du wirklich nicht das? Dann geh in das blaue, genau. Jetzt geh ich in das rote. Komm, komm, komm her, Cubey! Cubey, du holen Sohn. Wieso ist da kein Cube rausgekommen? Okay. Ich geh nochmal rein einfach. Ja, das bringt ja nix. Warte, ich muss kurz wieder rüberkommen. Cubey! Hä? Ne, das rote... Der Cube kommt da so oder so immer wieder, ne? Was? Der kommt einfach ab und zu mal dadurch. Das liegt nicht am roten Knopf, würde ich behaupten. Guck, ich hab keinen roten Knopf gedrückt und da ist ein roten Cube drin. Ja, der Cube kommt ja eh automatisch, aber der geht halt nicht nach oben. Man muss auf den Cube drücken, damit er nach oben rausfliegt. Weißt du was ich mein? Ach so, ja okay, dann lass mich das mal verneuern machen. Setz dein Portal wieder hin. So, äh... So. Gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Zack. Das... Der sollte jetzt nach oben fliegen. Zack. Oh, nein! Verdammt. Ist er so weit gesprungen? Ich bin zu langsam. Dieses Piepen, was ich höre, sagt an wann der Cube rauskommt. Okay, ich bin dumm. Again. Okay, ich spring nochmal rein. Ja, wenn du halt jedes Mal deine verfickten Portale wegmachst, ne? Ja, ich muss ja wegmachen, damit ich wieder herkomme. Kannst du nicht... Hä, du kannst einfach mein Portal, wenn du da unten bist, benutzen. Hä, wie soll ich dein Portal benutzen? Guck mal, wo ich bin. Wo bist du denn? Ich bin hier hinten. Warte mal. Tab. Nicke, ich... I don't see you. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Warte, rechts. 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 Nein, gu... Dreh dich um! Genau, da. Da vorn, hi. Ah, Nicke. Nicke, Nicke. Nicke, Nicke, Nicke. Wozu ist der Laser denn hier? Ach so, wir brauchen erst den Cube. Try again, bitch. Okay, warte. Viel Spaß, Nicke. Warum nehmen wir dann jedes Mal deine Portale? Warum nehmen wir nicht meine Portale? Weil ich trotzdem mein Portal brauche zum rüberkommen. Ja, aber dann brauchen wir nicht mehr deins. Ich glaube, ich denke nicht weit genug nach. Wieso bin ich so hoch? Ich verstehe halt noch gar nicht. Ich verstehe... Lass mich mal bitte deine Rolle übernehmen, okay? Weil ich will das auch mal sehen. Okay, warte, äh... Was muss ich machen? Ich muss einfach durch das Portal springen und den Cube, der dann gleich nach oben fliegt, auffangen. Okay. Noch nicht jetzt. Meine... Noch nicht jetzt, du Affe. Ich muss ja erst den Knopf drücken, damit ein Cube gleich hoch springt. Jetzt musst du einen deiner Portal umsetzen, damit du hier wieder herkommst. Wozu brauchen wir denn das? Genau, jetzt kannst du wieder dein Portal umsetzen. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. So, jetzt geh ich rein, dann hörst du so ein Piepen, wenn der Piepen fertig ist, kommt ein Cube raus. Du hast das verstanden? Okay. Oh mein Gott. Das war knapp. Ohhhh! Ohhhh! Is it him? The Legend? Ich kann kein Portal mehr schießen. Wie komm ich jetzt hin? Ja, du musst es kurz ablegen. Laufnehmen und durchlaufen. Ohhhh! Jetzt musst du da hinten schießen. Du musst auch halten. Okay, jetzt bin ich hier hinten. Was... Was passiert, wenn... Was passiert, wenn... Ich würd gern wissen, was passiert, wenn es nicht dreht und du durchfliegst. Vielleicht kann man Glück haben. Ich will es ausgewählen. Ich komm mit! Heeeeeeeeeee! Heeeeeee! Heeeeeee! Heeeeeeeeeee! Heee! Nein, das ist total sick! Kann ich meine Portale auch? Kann ich meine Portale auch jetzt weg machen? Komm, ich bin lucky nigga! Fuck! Gut, du hast dein Portal da und... Shizzi. Es ist wichtig, dass immer ich die interessanten Sachen mache. Jetzt müsste einer bei dir drin sein. Drinnen, drinnen im Gebäude. Ja, ich guck grad. Shutdown-Fan, okay. Okay, da ist einer. Dann bleibt mal so, ne? Hoppala, ich hab's verschoben, musst du sehen. Sorry. Ja, zieh einfach wieder aufs Portal. So. Aua. Shutdown-Fan, okay. Sollte jetzt geklappt haben. Ja, okay, jetzt kann ich auch rüberspringen. Jo. Wuii! Bist du da? Ich bin da. Okay, jetzt müssen wir einfach nur zusammen den Hebel umlegen. Das ist ja einfach. Gell? Ja. We did it. Let's become gay together now. Fuck yeah. Fuck yeah, boi. Insert dick, okay. Nice. Ich hab dick gefunden. Willst du mal, willst du diesmal inserten? Passiert irgendwas Spezielles? Ne. Dick inserted. Fucking boring. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Der ist nicht mal drin, die Disc. Ich muss nicht mehr, wenn ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Anschauen. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so geredet. Die hat nicht mal fettig geredet. Gute Programmierung! Autismus. Autismus. Effekte in seine Prototy zu spielen. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun. Ah, schau, schau. Wir haben einen neuen E-Mode bekommen. Was ist das? Achso. Dich zusammenschlagen. Warte. Ich kann dich zusammenschlagen. Bitch. Bitch. So. My head is back. So. Mach mal du bei mir. Haha, ich bin größer als du. Bitch. Boah, Jürgen. Okay, wo ist das nächste Level? An sich vergrößern. Was bringt es mir? Man kann einfach ramsen damit. Ah, hier unten ist es nicht, oder? Ne, das ist vier. Wir brauchen drei. Hat auch um es drei. Wir müssen Force benutzen, kann das sein? Ich hab keine Ahnung, wo du hier Force siehst. Hier ist ein Punkt. Hier sind... Wo sind wir hier? Das ist... Vielleicht sind wir im Weltraum, kann das sein. Das ist immer so richtig cool. Ich mag die ganzen... Ey, ich hab's geschafft. Geh aus dem Portal. Ich mag die Scenery extrem bei diesem Spiel. Ja? Mhm. Also die von der Lobby. Du bist im Falschen. Fuck you. Fuck you. Ja, okay, lass mich raus. Ich kann nicht raus. Ja, weil die blockt. Aber hier machen wir noch Stage 3. Aus. Und dann Pause, sagst du? Pause oder ich schlaf wieder auf der Couch an. Auf der Couch? Couch ist gewidlich. Ach, guck mal, hier gibt es jetzt diese Brücken. Warte, was steht da? Flüchtkrieg. Fluchtlichtoberflächen. Genau, diese Brücken kann man benutzen. Diese Brücken kann ich hier schießen. Kannst du durchgehen? Kannst du durchgehen? Wo sind wir? Egal, ich laufe einfach mal weiter. Um, um drauf. Jetzt muss ich mein Portal weiter, mein Portal. Ich muss das, warte, hier, hier. Komm mal, stell dich neben mich, stell dich neben mich. Ich stehe doch neben dir. Ich bin im Wasser. Nicht neben mir genug. Egal, geh einfach durch mein Portal. Warte mal kurz. Bitch. Geh mal kurz zurück und ich mach kurz Allah-Akbar. Allah-Akbar. Wobei, meine Portale gehen weg, oder? Ja. War das? Verdammt, okay. Das war fehl. Okay. Hoppala, jetzt hab ich mein Portal reingesetzt. Egal, scheiß drauf. Ich weiß eh nicht, wo ich das andere hinstellen muss. Oh, cool. Ich bin im Dach. Oder so. Und ich fahre am Ende. Woohoo! Oh, fuck. Der ist disappointed! Ich weiß immer noch nicht, wie du die Scheiße benutzt, aber egal. Ja, das eine Portal da unten geht an die Brücke und ich kann dich einfach weiterleiten, weißt du, was ich meinst? Ach so, das sind Lichtbrücken sozusagen. Setz mal ein Portal hier hin und hier hin. Jetzt mach ich mein Portal. Stell dich mal neben mich oder da hin. Stell dich neben mich oder da hin. Steh doch. Hinter dir müsstest du doch auch nichts hin hier. Ja. So, perfekt. Jetzt können wir weiterlaufen. Portal ist zwar irgendwie ein bisschen halbgroß, aber hey, bockt. Wie geht das? Ja. Werde ich. Ich bin Josh, fuck. Oh, lol. Pranked. Okay, let's go. Prankboy 54. Oh, Spuddy! Okay, hier kann wieder... Hier muss einer von uns... Warte. Fuck. Nee, 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 es geht nicht. Doch, doch, es geht. Nee, nee. Doch, doch, es geht. Nee, nee, wenn du da durchgehst, dann tritt du deine Portal. Doch, doch, es geht. Okay, ich hab Orientierungsverlust. Wo muss ich hin? Okay, vielleicht geht's nicht. Aber ich mag das. Da ist ein Schalter. Wo? Ach, guck mal, ich... Ach, Brücken. Ach, okay. Mach weiter, so wie du bist. Ah, cool. So. Jetzt musst du... Mach weg, mach weg die Brücke. Äh... Kann ich nicht. Die Brücke kann ich wegmachen. Geh mal zurück. Du kannst dein Portal einfach wegplachen. Ja, aber die Brücke bleibt ja dann noch. Warum? Weil die Brücke... Weil das so zu sein. Warte, warte. Geh durchs Portal nochmal. Warum? Ach so. Weil du jetzt hier bist. So, geh auf den Knopf. Jetzt kriege ich hier einen Ball. Mit diesem Ball... Dieser Ball ist... So, ich kann mich selber... Ich kann mir selber damit zusehen, durch das Portal zu gehen? Äh... What the fuck? Okay. What the fuck? Jetzt kannst du, glaube ich... Warte, okay. Geh mal kurz zurück. Geh mal kurz... Bleib mal kurz da. Nicht da. Hey, wie krass schwierig muss ich denn gewesen sein, in dieses Spiel zu programmieren? Geh, jetzt mal... Gehen wir mal durchs Portal. Ja, warte mal. Erstmal setze ich mir da hinten ein Portal hin. Und jetzt, wo hin will ich? Ich hab da keine Sicht irgendwie von hier. Nein, ich bin runter. Du bist schlau. Der Ball ist kaputt gegangen. Toll. Ich hab ne... Warte, okay. Wir haben neun. Wenn du jetzt hochgehängst, geht der Ball kaputt. Oder... Ach so, ich weiß wie. Nochmal. Okay, warte. Nee, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. So, 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 so. Geh drauf. Lol. Genius. Easy, Junge. Und jetzt? I'm such a fucking... Jetzt machst du das gleiche mit mir. Oh, ja, okay, geht auch. Ja, bei dir ist egal. Weil du brauchst das ja keine Rolle. Gut, ich hab ne... Portale, wuhu. Ungestrengtes Fassaden beglückt mich nicht. Hä, warum konnte ich da nicht dran schießen? Was ist muss? Ich mach nur. Hier muss ein Portal hin, anscheinend. Pfff... Aber... Pfff... Oh meinst du, Junge. Okay, dann schieß du mal dein Portal da dran. Ach so, und dann gehen wir einfach hier durch, genau. Und dann irgendwo hier dran oder so. Keine Ahnung. Und dann gehen wir einfach hier durch. Jetzt gehen wir einfach hier durch. Du hast mich schon wieder umgebracht. Wie denn? In dem du ne kleiner Huchen so ein bisschen bist. Okay, jetzt müssen wir das gleiche machen, nur dass du dein Portal da hinten hinsetzt. Junge! Ich schätze das gleich in dein Arschloch. Und jetzt zurückgehen. Und baue Forst auf. Und dann? Jetzt zurückgehen und da ist jetzt andere Portal hier. Fahr dich mit vollem Forst in dein Arschloch ran. Dahin, dahin! Junge! Hä? Hier, du musst hier das Portal hier sehen, wo du davor war! Ach so, wir brauchen ja eine Lichtbrücke. Du hast eine chronische Bienen da oben. Wohin, was denn? Ja, da wo mein Portalrad ist. Das bringt uns um. Genau. Jetzt können wir durchgehen. Jetzt müssen wir... Warte. Slam! Wo bin ich? Warte, ich weiß... Nee, warte, warte. Wo bin ich? Okay. Geh mal kurz zurück. Ja, aber das ist der ganze Anfang, ne? Okay. Wir sind jetzt einfach... Ach so, ich weiß, ich weiß. Du kannst jetzt deine Portale halt wieder umplatzieren. Komm her, komm her. Junge! Guck mal, was ich mache. Ja, aber das braucht mich ja nicht interessieren, weil ich kann... Doch, komm, hier oben geht's weiter. Ja, aber ich kann den Shortcut nehmen. Ich brauche mich ja da nicht hochschießen. Ihr habt in diesem Test so oft versagt. Es ist, als wärt ihr Menschen. Aber wenn das wirklich der Fall wäre, würdet ihr es immer wieder und wieder versuchen. Aber wir haben es auch geschafft. Menschen bewundern diese Eigenschaft. Das is what I call Donald Trump grabber by the pussy. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht, sie mit Pflanzen aus und zeigen wieder Schmerzen. Bitch. Unwissenschaftlich. Bitch. Du musst den Ball fangen. Warum hast du eine Brücke umgeschossen? Sorry, ich habe nicht gesehen, dass du so laufen willst. Wie komme ich jetzt wieder da hin? Äh... Äh... Warte, 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 warte. Hier. Warte, 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 warte. Okay, jetzt mache ich kurz hier ein Portal und dann hier ein Portal. Und jetzt gehst du auf die Brücke und damals den Ball auf. Und... Also ich... Ich versuche an dir vorbeizulaufen und du fickst mich dabei runter. Jetzt gehst du bitte dahin, guckst über dir und sammelst dann den Ball auf. Wie soll es bitte gehen? Ja, auch mal. Garde. Hier auf der Brücke gehen, wo... meine Brücke. Ach so. Genau. Da hinten in ein Portal schießen und dann... Da hinten in ein Portal schießen. Ähm... Wohin? Da, wo meins grad ist. Easy. Oh, toll. Ich... Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen länger für gebraucht. Das mit dem Portal ersetzen, vor allem bei den Brücken. Ich denke halt die ganze Zeit die Brücke geht dadurch halt kaputt. Weil ich nicht weiß, wo der Start ist. Howdy ho! Ja, ich sehe euch. Und es ist mir egal. Ich weiß schon was zu tun, ne? Das ist kein Problem, Junge. Fuck, vielleicht weiß ich doch nicht. Ach so, ich weiß es. Portal... Nehmen... Und dann... Damit abblocken lassen. Weißt du was ich mein? Ja. Aber wir brauchen zuerst mal ne Brücke. Deswegen mach mal direkt daneben, wenn es geht, ein Portal. Ohne meins zu überschreiben. Fuck. Warte. Hm. Wir sind nicht zu nah beieinander, oder? Entscheint. Ne, es geht nicht. Warte. Warte mal, was ist... Doch, doch, doch. Einer lässt sich dagegen schießen. Und der andere macht dann direkt. Genau, genau. Okay, dann komm rüber. Und ich schieße das dann unter Marsch weg. Okay. Aber zuerst muss ich mal richtig hinsetzen, warte. Äh, ja, sieht's ja richtig aus. Okay, are you ready? Ja. Du, ich muss auf der Gegend setzen. Ach, du hast das zufrieden geschossen. Alter. Ja, ja, ja. Warte, bis du das Boom-Sound hörst. Oh, du, du musst ein bisschen weiter nach rechts. Hä? Ich hab Maximum rechts. Aber das rote kann ich ein bisschen. Nein, das Portal ist... Das Portal war nicht weit, war nicht weit genug rechts. Hier, das, das konnte ich noch ein bisschen weiter verschieben. So, dann machen wir jetzt genau andersrum jetzt einfach, okay? Du musst immer noch dein Portal einfach ändern. Okay? Ja. Ich mach sogar mit Countern diesmal für dich. Äh, aber das sag mir nicht, weil ich, weil du aufklatscht. Du musst das Portal weiter... Achso, ich, oder ich muss es weiter hinten machen, geht auch. Okay. 3, 2, 1, go! Jetzt. Finally. Jetzt. Ähm. Hä? Lauf doch einfach durch mein Portal durch. Aber warum? Das bringt gar nichts. Doch! Und dann... Nein, setzt dein Portal... Setz dein Portal... Da... Und... Da hin. Warte. Warte, 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 ich weiß es. Hoch! Okay, so geht's auch. Ich schieß mich jetzt einfach hoch. Du mogelst dich halt... Wir hätten's auch gerade anders machen können. Hä? Das ist nicht mogeln. Das ist vom Spiel so gedacht. Wir hätten's auch anders machen können, würde ich behaupten. Ja. Jetzt lauf! Wir können auch noch ranfahren kommen. So, jetzt... Mach ich für dich ne Sperre wieder hin, oder... Ja, genau. Ne, ich muss selber die Sperre hin machen. Hä? Achso, genau. Du musst erstmal hier eins machen. Ist die Sperre richtig? Ne. Ja. So, jetzt... Hallo? Äh... Ja. Go! Perfekt. Ich bin der King, oder? Ja, ich will ein Bonbon haben. Das war's mit dem Part vom Portal. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann bewertet das Video. Und tschüss! Ich bin der King! Ab trước.